Ich bin Thuan, das Gedächtnis der Geschichte, der Mythos, die Legende. Ich sah die Invasionen Irlands. Ich sah die Ankunft des Firbolg-Königs, der gegen die Nordmänner kämpfte. Ich sah Könige, Krieger und Droiden, Zauberer und Handwerker. Ich sah die Tuaths de Denen auf ihren Luftschiffen über die Berge Connemaras gleiten. Ich sah den Krieg zwischen den Tuaths de Denen und den Firbolg. Die Vorbereitungen, Treffen, die Angst, die Hoffnung und die wilden Kämpfe in den Ebenen Matharas. Ich sah die Begräbnisse der Toten und, endlich, das Erblühen des Friedens in Tara, der Zitadelle der Könige. Ich sah all diese Wunder und so viel mehr. Und eines Tages sah ich die Gälen. Männer, die ihren Platz zwischen den Göttern beanspruchten und die Tuaths de Denen in die Berge trieben. Ich habe die Erinnerungen dieser legendären Zeiten weitergereicht. Und seither begeben sich Männer wie Frauen auf die Suche nach diesen Legenden. Inspiriert von den Träumen dieser epischen Erzählungen. Am Ende ihrer Reisen, wenn sie sich alle wieder treffen. Teilen sie ihre Träume und entzünden die Flamme aufs Neue. Nun liegt es an dir, die Geschichten zu erleben. Hast du die Seele eines Königs, eines Diplomaten oder eines Barden? Finde es heraus. In Inis. Ab sofort in der Spiele-Schmiede. 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 Vielen Dank.